Diese Dreckspusher, nein, wir freuen uns natürlich alle. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist soweit. Die ersten heftigen krassen Details für das Pokémon GO Fest 2021 sind bekannt geworden und das allererste, was ins Auge fällt, ist der Preis. Guckt euch den Preis an, 5 Euro für ein Ticket. Was war da denn los? Wir kennen noch Zeiten, 7 Euro, 20 Euro, 21 Euro, eine Tonne, 5 Euro noch was. Das sollte bitte für jeden erschwinglich sein. Auch wenn es insgesamt natürlich jetzt nicht bis 20 Uhr, sondern bis 18 Uhr geht an beiden Tagen, vier Stunden weniger, Leute wieder komplett verärgert waren, aber 5 Euro für zwei Tage GO Fest weltweit. Jetzt habe ich vorhin überlegt, lade ich das Video hoch, was ich heute hochladen wollte? Oder lade ich das morgen hoch und warte auf die Infos? Dann dachte ich, wer weiß, was für Infos kommen, dann ist es vielleicht nur eine Sache. Und bis die kommen, ist der Stream sogar schon mittendrin und ich komme heute eh nicht mehr dazu. Jetzt sind natürlich die Infos da, also wollen wir uns die Infos jetzt auch angucken und dann will ich das jetzt heute auch noch hochhauen. Details zum GO Fest 21. Günstige Tickets durch Sponsor. Allgemein, ihr kennt das Datum, 17. und 18. Juli. Das ist sehr schön, denn am 16. habe ich Geburtstag. Am 16. kommen auch die WWE-Fans zurück in die WWE-Shows. Das heißt, ich habe an meinem Geburtstag sowieso was Tolles vorbereitet. Ich habe Fans wieder zur WWE gebracht. Und die Aftershow-Party an meinem Geburtstag wird das GO Fest sein, 17. und 18. Juli. Mit dem GO Fest ist das fünfte Jubiläum von Pokémon GO und das 25. vom Pokémon Franchise gefeiert, wird gefeiert. Google Play sponsort das Event. Und sorgt unter anderem dafür, dass die Tickets vergleichbar günstig sein werden. 5,49 Euro steht hier dabei. Durch den Erwerb des Tickets wird man an beiden Tagen spielen können. Früher war das ja so, ihr musstet euch entscheiden und musstet euch eintragen, wenn das an einem Ort stattfand und wenn das jetzt, welchen Eingang nehmt ihr, welchen Tag nehmt ihr früh. Oder, also ihr konntet Early Access nehmen, habt ihr zwei Stunden länger gehabt oder ihr habt normal das gemacht. Das ist alles, wer früher mal bei einem GO Fest war oder bei einer Safari kennt das alles. Entweder habt ihr am Samstag gespielt oder ihr habt dann am Sonntag gespielt. Dann gab es Leute, die haben am Freitag gespielt. Aber das ist wirklich für beide Tage, für den 17. und 18. für 5,49 Euro. Das ist so ein unschlagbarer Preis. Und ich weiß jetzt schon, dass ich das sicherlich wieder nicht kaufen kann, weil ich mit meinem Paypal und so weiter keine Zahlungen an Google mehr senden kann. Keine Ahnung warum. Paypal hat das gesperrt, weil da damals unrechtmäßig Geld abgebucht wurde. Seitdem kann ich das nicht mehr machen. Seitdem muss ich immer gucken, wie ich das mache. Es ist immer komplett kompliziert. Aber ich hoffe trotzdem, ich werde mir direkt jetzt im Anschluss an dieses Video das Ticket holen. Die Tickets gibt es ab jetzt. Also geht rein, holt euch die Tickets und schreibt mal rein, wer sich direkt ein Ticket gegönnt hat. Auf dem Bild sieht man ja sowieso einiges. Man sieht regionale Pokémon und auch Plaudagar hier oben. Hier seht ihr Duo Dino, was hier rumfliegt. Zwei andere komische Pikachus hier. Oh doch, heftiger Staubbringer. Aber jetzt mal zu den einzelnen Tagen. Event Tag 1. Am 17. 10 bis 18 Uhr, also 8 Stunden. Es erscheinen verschiedene Pokémon in stündlichen Habitaten. Es gibt also Dschungel, Wüstengebirge, Meeresstrand, Höhle. Dschungel, Griffel, Froxy, Sichlor. Sichlor, sehr cool, auch cooles Shiny, Griffel. Hm, Froxy als Starter vermehrt. Ist jetzt okay. Für mich aber jetzt alles nicht so interessant. Wüstengebirge, Panzer, Aeron, Schilderos, Hippopotas. Hippopotas, sehr cool. Vor allem, wenn ihr dann ein Shiny braucht. Ihr braucht ja ein männliches und ein weibliches Shiny, weil die komplett unterschiedliche Farben haben. Braucht von beiden beide. Schilderos, cooles Pokémon, auch gerade für die GBL. Panzer, Aeron, cooles Pokémon für die GBL. Also Wüstengebirge finde ich jetzt schon mal stärker als Dschungel. Meeresstrand, Dratini, Vablu, Mammolita. Gut, durch das Drachen-Event, wo jetzt zwei Wochen Dratinis gespawnt sind, ist Dratini jetzt nicht mehr ganz so mächtig. Vablu, wir hatten erst den Vablu, Sidi, Mammolita. Ja, ist eh hässlich. Aber gibt es natürlich dann auch als Shiny. Wer da das Shiny noch braucht, kann sich das gönnen. Für mich immer noch Wüstengebirge, Beste, dann Meeresstrand wegen Mammolita und Dschungel bis jetzt gar nichts. Höhle, Kießling, Galaflunschlik, Capuno. Bam. Und damit hat wahrscheinlich Höhle gewonnen. Denn Capuno, seltenstes Pokémon mit unter anderem. Drei Shinies braucht ihr. Ist dann grün. Capuno, alle werden auf Capuno-Jagd gehen. Kießling, richtig fettes Pokémon, wenn ihr das entwickelt. Brokkolos, da auch drei Shinies, sonst wie. Also Kießling, Capuno, heftige Pokémon. Galaflunschlik auch für die GBL. Höhle ist ein richtig krasses Habitat, Wüstengebirge. Würde ich dahinter sehen. Dann Meeresstrand, dann Dschungel. Ihr könnt eure Top 4 ja auch mal reinschreiben, in welche Reihenfolge ihr das anseht. In Raids erscheinen Cognodon, Capoeira, Capuno. Und Kostüme von Galapunita und Galazickzacks. Nein! Jetzt, hä? Jetzt mussten wir sehen, dass wir Galapunita als Shiny bekommen. Galazickzacks ist momentan drin, will man als Shiny bekommen. Die Leute regen sich auf, dass sie das raiden müssen. Und jetzt packen sie kostümierte Galapunitas in Raids. Und kostümierte Galazickzacks in Raids sind die komplett, also... Aber was will man sonst mit seinen Raidpässen machen? Natürlich, Galapunita und Galazickzacks mit Kostümen. Ansonsten Cognodon, okay. Capoeira, okay. Wenn es jetzt nicht gerade Shiny ist, dann eigentlich... Kann man mal mitnehmen, aber ist jetzt nicht so interessant. Und Capuno in Raids. In Raids, aber gleichzeitig auch im Höhlenhabitat. Also ich bin mal gespannt. Höhlenhabitat, best. Allgemein erscheint vermehrt Pokémon mit Musikbezug. Palimpalim, sehr cool für Staub. Zirpurze, braucht kein Mensch. Ohrdoch, sehr cool für Staub. Pikachu mit einem neuen Kostüm. Hätte dann mal eben das Wrestling-Kostüm wieder angezogen. Und hätte den da reingepackt, dass ich keine GBL spielen muss. Pikachu neues Kostüm wird gegönnt. Für die Pikachu-Sammlung natürlich. Es gibt ein kostenloses T-Shirt für das Go-Fest im Kleidungsshop. Aber halt dann erst an dem Tag, denke ich mal. Wird natürlich angezogen. Passend zum Go-Fest, sich gekleidet. Als neue Shiny-Pokémon feiern. Flurmel, Palimpalim, Ohrdoch und Schallquab ihr Debüt. Flurmel sind theoretisch gleich drei neue Shinies. Palimpalim, okay. Ohrdoch, okay. Schallquab auch drei neue Shiny. Das sind ja jetzt schon mal drei, sechs, sieben, acht. Acht Shinies plus Pikachu. Sicherlich auch als Shiny, wenn es neues Kostüm hat, denke ich mal. Das scheint aber sowieso für alle zu sein. Also die, die kein Ticket haben, haben das, was jetzt vorgelesen wurde, auch schon alles. Aber zusätzlich für Ticketbesitzer. Oh mein Gott, ich... Zusätzlich für Ticketbesitzer. Jetzt fängt es ja erst richtig an. Spezialforschung. Kleidungsstücke, exklusive Pose. Gut, es gibt halt eine Spezialforschung. Steht noch nichts weiter da. Man hält Kleidungsstücke, eine exklusive Pose. In der Spezialforschung begegnet man einem mysteriösen Pokémon. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um Meloetta handelt. Das Gesangspokémon. Das haben wir euch ja auch schon mal gezeigt. Das ist nämlich hier das. Haben wir das schon gezeigt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Doch, das haben wir bestimmt schon mal gezeigt. Fertig. Meloetta. Ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Sind nur Vermutungen. In Schnappschüssen, dann hält man Begegnungen mit Überraschungspokémon. Cosplay Pikachu aus Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir feiert sein Debüt im Pokémon Go. Man kann sich für das Rocker- oder Star-Pikachu entscheiden. Je nachdem, welche Entscheidung man fällt, wird unterschiedliche Musik während des Events gespielt. Beide Tracks wurden von Yunichi Masuda, dem Produzenten zahlreicher Pokémon-Hauptreienspiele exklusiv für das Event geschrieben. Die Band für die Musik wird zusätzlich um Galaponita und Galazickzacks und Gardevoir oder Libeldra ergänzt, die jeweils spezielle Kostüme tragen. Also auch Gardevoir und Libeldra tragen Kostüme. Das wird immer komplizierter. Ich fliege gar nichts mehr durch. Jetzt wieder natürlich dieses, ihr müsst euch entscheiden, ein Rocker oder ein Star-Pikachu. Rocker, Star, Rocker, Star. Ich würde wahrscheinlich Rocker nehmen. Vielleicht nimmt Pupsi ja Star. Und dann kann man ja vielleicht, wenn es das als Shiny gibt, kann man dann tauschen. Dann kriegt sie einen Rocker von mir, ich einen Star von ihr. Es ist also wieder so, am besten, ihr sucht euch auch einen Partner dazu oder einen Freund, einen Kumpel, einen Kollegen, irgendeinen Mystery-Tag-Team-Partner aus dem Internet, mit dem ihr dann Sachen traden könnt. Es wird wieder stündliche globale Herausforderungen geben. Erreichen alle Spieler, die Ziele rechtzeitig werden, für den Rest der Stunde Boni aktiviert. Für die vier Habitate gibt es Sammler-Herausforderungen. Durch den Einsatz von Rauch werden dabei weitere besondere Pokémon angelockt, die beim Abschließen der Herausforderungen helfen. Alle Habitate beinhalten Icognito F und G. Es gab ja bisher sowieso bei den Go-Festen, letztes Mal gab es... Ja toll, beim letzten Mal gab es G und O. Und jetzt gibt es F und G. Also wer schon ein G hat, so wie ich, der braucht kein G, der braucht F. Ein Icognito F, auch als Shiny ist hier angezeigt. Nimmt man mal mit, ja. Aber wohl nur für die Ticket-Besitzer. Also, wenn ihr kein Ticket habt, kriegt ihr also das nicht, was jetzt alles da ist. Dschungel habt ihr zusätzlich dann Kapalores, Plaudergei, Vollipurba, Serpi Royale. Vollipurba als wildes Pokémon, sehr schön. Plaudergei als Kontinentales, sehr schön. Wüstengebirgei, Flamara, Despoda, Libeltra, Jiu-Testo, Jiu-Testo, sehr schön. Auch als Shiny, wie ihr es hier unten seht. Und Despoda, wilde Despoda im Wüstengebirge. Meeresstrand, Garados, Karadonis, auch als Shiny, Meeresstrand, Aquana, Azumarill. Also, ihr seht mit dem Ticket, es eskaliert komplett. Und Höhle nach Tara, Gadewar, Voltula, Wilde, Voltula, Wilde, Gadewar. Ey, was will man mehr haben? Die Chance, Shiny-Pokémon zu finden, ist stark erhöht. Dieser Bonus ist am Samstag stärker als am Sonntag. Icognito-F, Jiu-Testo und Karadonis können für Ticket-Besitzer erst mal als Shiny gefunden werden. Also, die drei hier unten für Ticket-Besitzer. Ich meine, gut, das hat jetzt nicht alles so einen krassen Effekt, wenn ich mir die drei unteren angucke. Hier oben die vier, die für alles sind, sieht schon besser aus, obwohl Flurmel sieht richtig hässlich aus. Mit diesem Grün, Palim-Palim, finde ich auch jetzt nicht so krass. Oh, doch, okay, ist halt jetzt nicht Pink, sondern Lila. Sieht aber schön aus. Aber Schallquap, Gottverdammt, guckt euch Schallquap an. Wie geil sieht Schallquap aus. Diese kleine goldene Kugel, richtig genial. Event-Tag 2. Da steht fast gar nichts. Also, ich glaube, der erste Tag ist wichtiger. Auch wieder 10 bis 18 Uhr am 18. Juli. Alle Pokémon von Samstag erscheinen auch am Sonntag vermehrt. Okay, deswegen steht nicht nochmal alles da. Der Fokus vom Sonntag-Event liegt auf Raids. In denen Favoriten-Pokémon der Spieler wieder erscheinen. Woher wissen die denn, was unsere Favoriten sind? Palkia, Dalkia? Ach, Palkia, Dalkia. Palkia, Dialga, Rigira, Zekrom, Mewtwo. Der zweite Tag zum Raiden. Raid-Tag, das wird heftig. Ramses, machst du Raids für Zuschauer? Ich glaube nicht. Nutzt die Raid-Gruppe bitte. Lasst mir meinen Spaß, ich muss mich austoben. Zusätzlich für Ticket-Besitzer, das also nicht für alle, sondern wirklich nur für die Besitzer, 10.000 extra EP je Raid. Also, wenn es so ist, theoretisch, wenn ihr so einen macht mit 10, kriegt ihr dann 20. Mit 1 dann 40 für einen Raid. Oder ihr kriegt halt 10 mit 1 20 und zusätzlich 10, also 30. Ich raff wieder nichts, genau. 10 Raid-Pässe durch das Drehen von Pogestops. 8 Fan-Raid-Pässe in einer begrenzten Forschung. 3 weitere Fan-Raid-Pässe kostenlos im Shop. Durch Rauch werden wieder die gleichen Pokémon wie am Samstag angelockt. Also neben dem Raiden kann man trotzdem auf Icognito, Jiu, Testo, Caradonis-Jagd gehen als Shinies. Die anderen wild. Alter. Beide Tage, nochmal, beide Tage unter Pokémon Go Fest 21 geteilte Bilder erscheinen in der App. Ich kann schon nicht mehr reden. Spezielle Effekte wie Konfetti. Oh mein Gott, Konfetti werden im Spiel aktiviert. Lock-Module halten 3 Stunden an. Die Schlüpf-Distanz wird halbiert. In 7 Kilometer-Eiern erscheinen häufiger Fluffeluff, Kling-Plim, Ordoch und weitere Pokémon. Wenn Palim-Palim jetzt als Shiny eingeführt wird, heißt das dann Kling-Plim auch oder nicht? Und Ordoch? 7 Kilometer? Muss man das jetzt brüten? Erscheint das nicht wild? Doch es erscheint wild. Ich verstehe immer nicht, wenn die sowieso wild erscheinen überall. Wieso sie die dann noch da reinpacken? Gut, wenn du brütest, kriegst du gleich mehr Bonbons und bessere IV sozusagen. Macht's nicht kaputt, packt das nicht nur ins Ei rein. Nein, ihr habt's auch wild. Das steht ja, glaube ich, oben Kling-Plim. Steht nichts von Shiny da, ja. Aber es war so oft, da wurde was angekündigt. Und nach kurzer Zeit hat man gesehen, es ist sogar noch mehr da, als man dachte. Es ist also immer noch nicht alles klar. Es sind nur erste Infos. Es gibt exklusive Feldforschungen zum Go-Fest. Zusätzlich für Ticketbesitzer exklusive Sticker in Geschenken und dann Poké-Stops. Das braucht man unbedingt. In Schnappschüssen warten Begegnungen mit einem Überraschungs-Pokémon. Vielleicht was Neues. Damals gab es ja auch zum Beispiel Rotom in Schnappschüssen. Und dann nicht mehr. Nicht jeder hat ein Rotom. Ikognito F und G können als Shiny erscheinen. Sie werden, wie zuvor erwähnt, durch Rauch angelockt. Okay, G habe ich schon. F brauche ich auf jeden Fall. Google Play. Als Sponsor des Events ermöglicht Google Play exklusive Boni. Bis zum 30. Mai erhält man viermal Playpoints für Käufe in Pokémon Go. Inklusive die Event-Tickets. Dieser Bonus gilt außerdem vom 12. bis 18. Juli. Am 17. erhalten alle Spieler mit Android-Geräten ein exklusives, gesponsortes Geschenk, welches Items enthalten wird. Tschüss, iOS-Besitzer. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal. Sind das nicht Hammer-News? Was ist euer Liebling? Und so weiter. Ich finde Schallquap so genial. Ich werde natürlich heftig auf Shiny-Jagd gehen. Wir werden gucken, was ist das Mystery-Pokémon, das Mysteriöse in der Forschung. Es wird sicherlich das sein, was da steht. Und die ganzen wilden Spawns, Bonbons farmen, Shinies farmen, alles farmen. Richtig, heftig, richtig brutal, die EP. Wollt ihr hier einen Star-Pikachu? Wollt ihr einen Rocker-Pikachu? Das Lustige ist, dieses Star-Pikachu ist genau das, was Julchen nach der Raid Mania ausgewählt hat, was die Sendungen zieren sollte, es auch gemacht hat. Finde ich eigentlich viel schöner, aber das passt dazu. Pupsi wird sicherlich dann auf Star gehen, wenn sie das süße Pikachu sieht. Ich würde auf das Rocker gehen, obwohl ich das Rocker irgendwie übelst hässlich finde. Ansonsten viele kontinentale Pokémon, viele neue Shinies, viele krasse Sachen und ein unschlagbarer Preis. Was sagt ihr zu den News? Schreibt es mal in die Kommentare. Eure Meinung ist gefragt, ist das nicht Bombe? Ja, nein, vielleicht. Schreibt es rein, heftige News. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.